und damit hallo und herzlich willkommen zurück zur strange brigade weiter geht es an dieser stelle mit smiddy und papillon von den neon green monkeys hallo und ich bin der floki starten wir mal durch so heiß wie ein vulkan hat jetzt auch zwei stunden gedauert bis man so aufgestellt hatten ach das war schon nackt für drei sekunden hast du schon wieder gebootet man ich habe ich habe sie mir klippern gehört ja ja ich komme gleich hier hinten vielleicht nicht gestern in der letzten folge hier noch ein tränkchen aber hier ist auch nichts das geld genommen ja genau vor meiner nase das weg gezischt natürlich ich habe beweise schließlich aufgezeichnet so sieht es aus kann ich euch was sagen sehr gerne und dann zuschauern und euch auch schon wieder ganz feucht dass wir das gespür genauso wie unsere zuschauer das ist so spannend ich habe vor lauter aufregung über die bemerkung erst mal mich selber brand gesteckt also ich dachte du hättest hier auch eine büchse gemacht also wollen wir hier durch wir müssen auch ein bisschen feuer dass das feuchte loswerde damit es mal ein bisschen trocknet so ist es so hier geht es ja schon mal eine hülle hier kann man ein buch aufheben kommen ein paar aus dem fußboden raus dann laufe ich mal weg ich habe mir auch mal ein neues amulett zugelegt auf jeden fall ach so ja stimmt ich glaube wir alle ja ich hatte hier sind dass ein trank flog in trank und buch das buch auf den kisten ich habe das auge das huron jetzt noch mal gespannt auch was neues aber ich weiß nicht mehr was heißt tötliche ketten so meins heißt irgendwie hühnergott oder so keine ahnung gibt es ein paar schenkel zu essen oder was ja kann sein wo geht es geht es hier oben hier oben ist wieder was zum auslösen wir folgen immer gut erstmal ne höhle oder dann wollen wir erst mal unten hin ja spricht hier besprecher der auch im zimmer folgt da oder um ist so ne vase ich sehe noch rein laufen wollte die so ne vase nicht nein gar nicht ich habe es wieder nicht was jetzt hier wieder los hier diese hier da oben die klebrigen hände jeder will das gold geradeaus von mir da ist so ne vase ah ja what a shot wer gibt's denn die aber hier ist doch so das geht nicht müssen wir noch oben er bleibt ja nicht ich komme doch mal irgendwie wieder raus bisschen wie ein eingang sonst ja aus da guck mal hier zum brunnen schauen wir mal mit ihr wartet ist ja gut ich bin aber nur hingelaufen ach so hier können wir wieder runter wo wir eben waren ja hier oder liegt auch was schönes das licht in das schönes hier ist eine geheimtür rätsel ich wills ja muss da darf ich ja ein anderes ja stimmt sehr genau haben was das kann man wenigstens verkacken ich habe eine halbe stunde später gedrückt die wollte war schon lange offen das ding tut mir leid nichts ist für dich siehst schon so hungrig aus ich dachte bei deiner gier da hättest du schon in der tasche bevor man das überhaupt sehen kann hat das spieler tricks angewendet ja ja ich werde über das ohr gezogen du wollen jetzt hat sich der gang geschlossen geschlossen ja hier so spät er hat sie echt geschlossen hier ist eine tür und hier ist irgendwie was mäßiges nach schießt man mal drauf schießt ja aber ich gehe raus schießt mal okay das ist wir so ein tor die gedöns zeugs zum öffnen ja wir brauchen wir brauchen drei stück jetzt noch ich sehe noch eins jetzt noch eins zwei dann noch mal hier noch eins ich lasse die finger weg ich habe mich nichts gedrückt das liegt an dein charakter wahrscheinlich was soll ich machen aus dem level rauslaufen dass du die kiste warte kurz kurz aus aus die kiste ich komme wieder rein ich kann ja einen ausgeben wenn man an der kiste sind und ist einer eben gerade gewesen aber wahrscheinlich gesehen natürlich war klar haben wir augen für die kohle und ich für die schwarze lady eigentlich auch eine katze aber hier die katzen gehört hier noch einen denkt ach so wie es wird noch anscheinend nicht so ich habe immer nur gewöhnlich als da ist also bestimmt hier von der brücke auch nicht ein kniffliges rätsel wenn man doch das hier dafür hat das gefunden ja gehofft tatsächlich ich glaube ich höre es gut hast du gut gemacht der glocke hier schon wieder fallen dagegen schießen gegen die glocke macht man ja und dann klingelt ja ich weiß nicht ob das gut ist ich kenne auch spiele da ist so ein glocken klingeln heißt es kommen gleich zwei horden von gegnern rechts rechts geht es noch nicht lang aber wahrscheinlich doch doch mal gut aber schön in die falle getappt scheiß putze da was war los hast du wieder gierig überall drauf umgedrückt ja diese falle hier gewandt ist sie gekommen ich habe du das gold gesehen naja klar was ist denn jetzt also du bist schon oben ja ich bin ja um lang gelaufen das nur wieder fallen aber jetzt eine kiste die will ich haben schon etwas zum aufschießen ich weiß nicht wie es auch hinter dem steinhaufen hier oder wo hinter dem hier ach so doch warte mal ich weiß es ok meine ich also hier kannst du irgendwo drauf ballern tut sich was hervorragend ja dann verdiene ich mich mal ja selbstverständlich das war ein amulett aua jetzt hat es mich erwischt von hinten das ding ist zurückgekommen jetzt muss ich erstmal ein schlückchen trinken ich glaube die feinen sind noch unter tot ich bin auch schon mal schön angesetzt ja sollen wir das mal hier anschließen haben wir doch gerade ach das war das war das eben war da hinten jetzt noch was hier gerade wart ging es da noch weiter ne da haben wir schon alles gelootet ja da war nichts gut hier ist ein trank ja ich brauche einen ich habe nämlich keinen mehr denn sogar zwei tränke sind hier brauchst du einen Floki ich habe halb ich würde dann einen nehmen ich bin unterhalb ja dann nehmen so wo sind wir denn hier wieder gelandet da hinten ist auf jeden fall wieder so ein blauer stein oh guck mal dahinten was da steht das sieht aus diese statuern dann war die wahrscheinlich zum leben erwecken ich befürchte die werden wir zum leben erwecken ja ich befürchte es auch aber wie cool aus noch bis auf die zukunft das sieht mir wieder ein bisschen lang hier gibt es wieder eine waffe kampf für 500 ich habe noch eine ja gut ne dann nehme ich sie immer ne dann nehme ich sie immer da ziehe ich mir immer eine aber die hätte ich gern gehabt die tröte das war nur 12 schuss aber ich kriege da wieder das scharfschützengewehr na klar ne twinshooter sehr gut die gute mal auf so also hier sind Pfeilen hier oben auch hier ist eine Falle aber ich weiß nicht ach so diese Drehfalle hier ist eine Tür Munition hier brennt es ein bisschen unten sind auch Pfeilen und Türen aus den Türen kommen garantiert gleich die Gegner aus mhm ja hier unten ist noch ja vielleicht zwei Tränke sind hier unten noch und hier ist so eine Truhe guckt mal hier und zwei Tränke ja da kommen wahrscheinlich erst dran wenn wir hier Feierabend haben ja Tränke kann man auch nicht nehmen warte mal ne also ich muss jetzt schon einen nehmen glaube ich vorher lieber oben war noch zwei hast du äh war dann der übe noch über ne ich hatte eben doch den aus da oben genommen aber hier komm doch komm ich dran gut haben wir also einen noch liegen wenn wir noch einen brauchen ja ja na gut auf wenn wir den nächsten Schlacht und hier sounds like you've upset the locals here brigade watch out haben wir die einheimischen wütend gemacht oh oh da hinten kommen sie hier auch oh scheiße oh 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 hier kommt auch noch ähm lass mal hier irgendwo treffen lass mal hier in der Ecke oh das ist gut hier in der Ecke ne oh hier ist noch eine ganze Menge scheiße ey was äh ich komm hier ich mir erstmal was weg weg ist immer eine gute Idee ey scheiße scheiß mumi oh da werden wir nicht ganz auseinander ey jetzt wirft keiner mehr komm hier oben hoch wir haben mal ne Falle dann können wir links und rechts mal per Falle verteidigen oh weg hier oh jo sehr gut oh was kommt denn jetzt oh nö yes ne ich ihn jetzt irgendwas trifft mich hier ja da wirft jemand ja da wirft jemand oh hier unten ist der Ecke Mist hier ist noch einer ich bin fast tot oh weg hier oh da muss man einen Schluck trinken ja oh ey wo ist denn der das ist ja jetzt haben sie uns eingekesselt hier wow 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 alter bei der mich erwischt diese blöde mumie und der alchemist jetzt bin ich fast hinüber oder den trank versuch es mal darunter zu kommen ich hab noch ein paar in hühner verwandelt keine zeit für hühner tut mir leid alles klar bei euch? geht so ja, haben wir es? haben wir geschafft die truhe öffnen die öffnen mal die truhe hier ne? warte, wir kommen was gibt's denn? ne menge geld ja, bisschen gold gab's bisschen, du hast es knapp 3000 bisschen gold gab's war nicht so bescheiden ich brauch munition, alter, ich bin fast leer äh, hier unten berg rum war eben was ja, ist auch ja, hier, ich hab schon alles gut das war schon ein bisschen knackiger hier oh, da ist nicht so viel Platz an, wohin zu gehen, ne? ne, ja ist der einzige Weg hier raus? ich hab keine Ahnung hier haben wir auch alles abgesucht war hier nicht irgendwo noch eine Tür, wo wir rein konnten, ne ne? ich hab nichts mehr gesehen ah, hier ist eine Vase, nach oben, weiter was ist denn hier? wo denn? seht ihr die beiden Statuen? da in diesem Fenster, da ja, eine, eine fährt noch, jo komm mal hier rein, ah ne, wo die rausgekommen sind, komm mal nicht rein nö, dann geht's wohl nur da unten raus, ne? diese blöden Mumien mit ihren komischen Schlabberbändern mal ein Tränkchen buch wo buch? da buch da buch abbuch oh, da laufen schon so viele rum, das gefällt mir da nicht da nicht? können wir die schon wegknechten? wenn du gut bist da ist ja ne Katze gehört ja da wo du hingelaufen bist, da musst du irgendwo ich seh sie da sind schon viele Schüsse ich hol dir grad die auf dem Feld schon weg, mein Freund das mach ich mit der Pistole, mein Freund da mach mal headshots, Leute, headshots ne, nicht mit meiner Knarre Scharfschützengewehr ich hab kein Scharfschützengewehr ne ne ich hab ein Gewehr, das ist richtig, aber kein Scharfschützengewehr oh, jetzt laufen da noch keine mehr rum ein paar noch vielleicht, aber schon entspannter so Position mitnehmen auf diesem Fall ich hab meine Spezialfähigkeit eben in dem Chaos nicht richtig ausprobiert ich könnte es mal gegen den Alchemisten ausprobieren, ja oh, ok ich hab's hier ausprobiert ok jetzt zieh ich so eine Spezialwaffe und mach so ein paar Schüsse direkt aneinander weg weil es lohnt sich das auf jeden Fall, wenn direkt einer vor einem steht so ein paar Borden er ist wieder Scherze? ne Giste Giste ein Buch da war sogar Kohle drin in den Bottichen lass die Brücke runter ey sie sind immer noch nicht unten schön danke danke ähm hier war nichts weiter ne 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 gut mordet auf mich naja ich bin schon da oh hier gibt's wieder so einen Bodenhebel Munition auch da Bodenhebel auch da Bodenhebel auch da Bodenhebel achso das heißt wir müssen sich schon ein bisschen decken wenn ich da weggehe geht's nicht auf, ja scheiße alter ja hier kommen sie oh ooooh 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 also ich muss jetzt meinen Trank mal trinken Trank mal trinken Zaubertrank Obelex du kriegst keinen Zaubertrank mehr warum denn ist da einer braucht einer einen äh ja hab ich genommen ja hab ich genommen jetzt mal wieder ne Waffe ja naja dann nehm ich mal lieber auch eine Tröter hab ich ja noch gar nicht benutzt die ich auch na toll ah sehr gut den Twinshooter gepachtet oh sehr gut ich hab den Querschläger ich hätte auch lieber den Twinshooter ja haben wir alles soweit, oder? würde ich sagen nicht noch irgendwie Abstieg in das Tal aber die sind auch ätzend haben wir alle naja ne einer ist hier noch irgendwo links von uns da unten jo da ist er weggeflogen ah ich hab gedacht ich kann sie vorher irgendwie wegschnappen hey das geht nicht Katze, Katze, Katze ja ähm hat er grad miaut achso hier hinter uns so ist es erst 3 von 6 mhm na gut so weit sind wir ja noch nicht vorangeschreiten ja ja ich auch, ich muss auch unbedingt mal einsetzen ich auch, ich muss auch unbedingt mal einsetzen ich geh hier oben lang, denn wir hier oben mal hinter dir Floki da hinten bei der Statue, was da ist, hier oben, oder? oh schon wieder an lass mich mal wenn du aus Versehen den Papillon triffst, ist nicht schlimm, er hat es verdient alles klar wo ist er denn? da zeigte er mir auch noch die leere Kiste, ey komm guck mal was hinter dir ist was da schönes gibt lass dich stacheln herunter, seid ihr alle da? nein, Sekunde hier ist aber auch noch ne Tür wieder, ne? ja da rechts ging es ja auch noch rein aber wir müssen aber, sonst geht es wahrscheinlich nicht weiter na mach mal oh, 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 oh oh, 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 oh kannst du durchgucken ach so, musst du draufschießen wahrscheinlich da ist noch eines nein, wir haben es ab, da kommt es, Gott sei Dank oh, da, 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 da nein, wir haben das andere verpasst nein hoffentlich kommt und geht es nochmal nein fahr durch naja ah, wir können nochmal oh, ist kaputt Gott sei Dank ah, gut du hast ja kaputt gegangen für jeden eins ja, rechts gut, dann nehm ich den ich bin ganz links ich hab's nicht getroffen was? getroffen? ich habe? das haben wir immer noch in der richtigen Reihenfolge machen, wa? nee hat doch gesagt hat er nicht gesagt, gute Arbeit weißt du das doch auch weißt du? ja weißt du? oh, aua oh, aua uh, der Hölle hm muss gleich mal mein Amulett einsetzen wenn sich's lohnt hm ja überall die Penner Penners mit Sex hätten, ne? unten ist noch einer mehrere oh, aber wie viele? wir rennen erst mal alle das war's das war's was hat zu sagen hier Leute geh mal weg wo schalte? das würde ich auch gerade aufmachen sind wir am Brand gesteckt und uns abgeschnitten von der Schatztruhe oder was? nö ich glaube nicht, dass da eine war da lagen ein paar Münzen auf dem Boden oh, oh ich seh wieder so'n Symbol von bösartiges bösartiges Symbol wir hätten da vorhin auch nochmal rechts gekonnt wo denn, wo denn? äh, bevor war, das ist ne ganze Weile zurück schon, aber war da was? ja keine Ahnung wir müssen weitergehen was sagt er jetzt? wir müssen abbrechen abbrechen? vorne anfangen hier sind zwei Getränke auch einer? ja ich hab einen genommen was du noch? ich hab noch dann würde ich ihn nehmen, weil ich bin nicht mehr ganz so gut haben wir alles hier, wa? ich sagen hast du den haben wir schon wieder? können wir machen, ja ja wenn wir hier am Lagerfeuer rasten und bluten ja hier machen wir das radio richtig an hier ist noch ein Buch achso, das buchen wir hier nochmal mit hier und dann drehen wir den richtigen Sender rein bitte ja eine kleine Party verschmeißen können geht nicht, ich kann draufschießen, vielleicht bringt das was das Rauschen vielleicht wird gut, dann machen wir hier mal eine kleine Pause ich hoffe, hat Spaß beim Zusehen lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat und wir sehen uns in der nächsten Folge macht's gut, bis denn ciao, ciao und feuchtfröhlichen Abend ciao ciao